Knapp ein halbes Jahr nach dem Elegoo Neptune 3 Pro gibt es nun schon den Neptune 4 bzw. 4 Pro. Dabei handelt es sich nicht um eine kleine Überarbeitung, sondern um neue Geräte mit zahlreichen neuen Features. Die X- und Y-Achse laufen beim Neptune 4 Pro zum Beispiel auf Metallrollen und passenden Führungsstangen. Und das Hotend wurde so überarbeitet, dass es nun deutlich höhere Flussraten hinbekommt. Die sind auch nötig, denn theoretisch schaffen die neuen Neptunes bis zu 500 mm pro Sekunde Druckgeschwindigkeit. Wir schauen uns heute auch an, was diese Theorie in der Praxis bedeutet. Damit bei den hohen Geschwindigkeiten auch alles gut aussieht, hat Elegoo 4 Lüfter auf die X-Achse gepackt, die auf Wunsch dann viel Luft über die gesamte Druckfläche blasen. Unter der Haube steckt Clipper-Firmware, die für den Anwender allerdings erstmal unsichtbar ist. Und zwar bewusst unsichtbar. Man bedient den Neptune 4 wie den Vorgänger einfach über das Display und bekommt von Clipper erstmal gar nichts mit. Es sei denn, man möchte es. Bei Bedarf lässt sich Clipper nämlich vollständig nutzen, anpassen und auch erweitern. Achja, der Elegoo Neptune 4 kostet aktuell 280 Euro, beziehungsweise 40 Euro mehr für die Pro-Version. Ich lasse das erstmal unkommentiert und möchte nur, dass ihr das während des Videos im Kopf habt. Ihr seht schon, obwohl nur ein halbes Jahr vergangen ist, hat sich tatsächlich sehr viel getan und wir haben heute viel zu besprechen. Doch bevor wir wie gewohnt ausführlich mit den neuen Neptunes loslegen, danke ich dem Sponsor des heutigen Videos. Und das ist mal wieder NordVPN, euer vielseitiger Begleiter, wenn es um Sicherheit, Unabhängigkeit und ums Geld sparen geht. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Surft man unterschiedliche Angebote über andere Länder an, erhält man oft einen günstigeren Preis. Das gilt für Streaming-Anbieter, wenn man mal einen Mietwagen braucht oder zum Beispiel auch beim Kauf digitaler Videospiele. Aktuell ist NordVPN besonders für Flüge und Reiseangebote interessant. Meist bekommt man zum Beispiel einen besseren Preis, wenn man das Angebot aus dem Zielland auswählt. Mit NordVPN braucht es dazu nur einen Klick und schon bist du ein Italiano und bekommst vielleicht die bessere Preise für die Fiat und per la casa al mare. Im Ernst, mit ein wenig Ausprobieren lässt sich hier mit NordVPN viel Geld sparen. Und Features wie sicheres Surfen im offenen WLAN, Bedrohungsschutz mit Tracker, Viren und Werbeblocker und so weiter gibt es zusätzlich auch noch. Holt euch jetzt NordVPN über nordvpn.com slash mpox.de und erhaltet einen exklusiven Deal plus Gratismonat beim Zweijahresplan. Probiert es einfach aus und spart zum Beispiel beim kommenden Urlaub unter Umständen viel Geld. Alles komplett ohne Risiko, dank 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Da ich beide Versionen vom Neptun 4 hier habe, bietet es sich an, euch vorab über die Unterschiede aufzuklären. Ich denke, so habt ihr einen besseren Überblick beim Schauen, wundert euch also nicht, dass wir heute nicht mit dem Lieferumfang starten. Die eingangs erwähnten Metallrollen auf X und Y hat zum Beispiel nur der 4 Pro. Der normale Neptun hat dann nur die üblichen Gummirollen verbaut. Auch wenn Metall theoretisch präziser laufen sollte, bzw. man das erstmal vermutet, macht sich das Ganze in der Praxis auch bei höheren Geschwindigkeiten kaum bemerkbar. Ihr seht hier zwei Benchys in der Gegenüberstellung, die jeweils in 18 Minuten mit PLA gedruckt wurden. Richtig gehört, 18 Minuten auf beiden Geräten mit demselben G-Code. Und könnt ihr auf den ersten Blick sagen, welches vom Pro und welches vom normalen ist? Also mal abgesehen davon, dass beide für 18 Minuten wirklich nicht schlecht aussehen. Und hier habt ihr die Auflösung. Ich persönlich sehe da ehrlich gesagt jetzt keine großen Unterschiede. Beim Pro gibt es einen kleinen Druckfehler oben am Dach. Das ist aber eher eine Unregelmäßigkeit, die man erstmal ignorieren kann. Ich kenne diese Metallvariante bei den Rollen eher von günstigeren CNC-Maschinen und da ist zum Beispiel Präzision unter Last wichtig. Diese Last gibt es beim 3D-Druck eher weniger, bzw. nicht bei den 3000 mm pro Quadratsekunde Beschleunigung, die der Neptun 4 eben macht. Größter Vorteil ist wohl der Verschleiß. Die Metallräder und Stangen verschleißen logischerweise deutlich langsamer als Gummirollen, die auf Aluprofilen laufen. Apropos Aluprofile, beim 4 Pro wird beim Portal oben ein Aluprofil verwendet und beim normalen kommt eine Kunststoffstrebe zum Einsatz. Wie ihr seht, sind beide mit einer LED-Leiste ausgestattet und das ist so, wenn er auf dem Tisch steht, natürlich ganz hübsch. Auch wenn das Druckbett im Grunde bei beiden gleich ist, hat der Neptun 4 Pro zwei Heizelemente, die den inneren Bereich mit geringerem Stromverbrauch separat heizen können. Laut Elego soll bei kleineren Modellen über den Slicer automatisch erkannt werden, wann nur der innere Teil gebraucht wird. Das klingt nicht schlecht, funktioniert aber in der Praxis aktuell noch nicht. Auch wenn ich beide Heizelemente und Sensoren in der Firmware finden konnte, werden über G-Code immer nur beide Elemente zeitgleich angesteuert. Ich habe zum Beispiel den kleinen vorgeslicten Buddha geladen und wie ihr seht springen beide Heizelemente beim Laden der Datei auf 60 Grad. Auch wenn man selbst mit dem Elego Slicer ein kleines Modell für den Druck vorbereitet, werden immer beide Heizelemente angesteuert. Ich habe dann manuell über Clipper nur das innere Heizelement auf 80 Grad eingestellt, um zumindest mal die Hardware zu testen. Auch wenn das Aufheizen recht lang dauert, funktioniert die Technik dahinter prinzipiell. Ihr seht hier eine Wärmebildkameraaufnahme, bei dem nur der innere Heizbereich mit 100 Watt aktiv ist. Und hier ein Bild mit den gesamten 250 Watt. Das sind also zwei Elemente, eins mit 100, noch eins mit 150, sind zusammen richtig 250. Die maximale Druckbetttemperatur von 110 Grad ist nur mit dem inneren Heizelement nicht zu erreichen. Bei meinem Versuch bekam ich eine Fehlermeldung und musste den Drucker neu starten. Mit beiden Heizelementen, also 250 Watt, geht es hingegen problemlos auf 110 Grad. Auch hier seht ihr gerade eine entsprechende Aufnahme mit der Wärmebildkamera. Ja, allgemein ist die Gleichmäßigkeit des Heizbettes bei beiden Geräten gut und die Abweichung im Rahmen. Ist jetzt kein perfekter Wert. Wir hatten letztens den Creality K1, der das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Und das hier ist quasi so ein durchschnittlicher Wert. Genauso sieht das bei den meisten 3D-Druckern aus. Ist nicht super, aber auch nicht schlecht. Wenn Elego das softwareseitig mit den zwei Heizzonen noch hinbekommt, ist das Feature, sagen wir, nice to have. In meinen Augen aber gerade bei der kleinen Druckbettgröße nicht wirklich notwendig. Klar, wenn man das Teil 24-7 mit kleinen Druckmodellen laufen hat, dann spart man natürlich schon einiges. Aber nur mal ab und zu ist halt die Frage, ihr wisst jetzt wie es funktioniert, könnt ihr entscheiden, ob euch das unter anderem die 40 Euro Mehrwert sind. Neben dem Heizbett ist die Zugentlastung für Y beim Neptune 4 Pro noch ein wenig hochwertiger, beziehungsweise oben abgedeckt. Sonst ist aber alles gleich. Ach ja, eine kleine Sache wäre da noch. Der normale Neptune 4 hat einen 24 Volt Ausgang auf der Rückseite. Der Neptune 4 Pro hat diesen nicht. Ist ein wenig merkwürdig, dass der normale hier in Anführungsstrichen besser ausgestattet ist. Eventuell kann man hier irgendwann mal ein Lasermodul oder ähnliches anschließen. Offizielle Infos gibt es da bisher nicht. Vielleicht kann das mal verifizieren. Vielleicht habe ich auch eine frühe Version vom Neptune 4 Pro bekommen, wo das einfach mehr oder weniger vergessen wurde. Und die zukünftigen Neptune 4 Pros haben das. Ich kann euch nur das zeigen an den Geräten, die ich hier bekommen habe. Und hier habe ich da halt, wie ihr seht, nur das eine kleine Loch. So, jetzt wisst ihr schon vorab über die Unterschiede Bescheid und könnt vielleicht an dieser Stelle schon entscheiden, ob ihr die 40 Euro mehr zahlen wollt oder nicht. Wer die Metallrollen super innovativ findet und die bessere Haltbarkeit mitnehmen kann, kann auch die 40 Euro mehr ausgeben. Wenn man sagt, nö, 40 Euro sind 40 Euro, kaufe ich lieber zwei Rollen Filament. Wahrscheinlich würde ich das so machen, kann man natürlich auch so entscheiden. Okay, wir springen jetzt erstmal wieder in der Zeit zurück und es gibt Infos, die auf beide Modelle zutreffen. Nach dem Stromkabel und Filamenthalter greife ich hier zum externen Lüfter. Diese Lüfterbatterie wird einfach mit drei Schrauben an der X-Achse befestigt und mit einem Kabel an die Elektronik angeschlossen. Sie läuft über denselben Sensor wie die Bauteilkühlung am Druckkopf und kann manuell über einen Schalter deaktiviert werden. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn man TPU oder PTG druckt, beziehungsweise Materialien, die einfach nicht so viel Kühlung brauchen. Bei PLA und hohen Druckgeschwindigkeiten ist die Lösung allerdings so einfach wie genial. Insgesamt vier 40-20er Lüfter blasen von leicht schräg oben auf das Bauteil und kühlen den Kunststoff schnell für die nächste Schicht runter. Ich habe euch die Kühlung mit Rauch visualisiert und das meiste hier wird in 25% Zeitlupe angezeigt. So könnt ihr sehr gut erkennen, wie die Luft aufs Bauteil fällt und dadurch, dass die Luft minimal von schräg oben kommt und die Luftauslässe vergleichsweise hoch sind, verteilt sich die Luft sehr gut auf dem Modell. Es wird also nicht nur einseitig gekühlt, sondern großflächig über die gesamte Druckoberfläche. Eine wirklich sehr gute Idee sollte meiner Meinung nach bei allen Bettschubsern mit hohen Geschwindigkeiten Standard sein. Weiter geht's im Schnelldurchlauf mit dem Lieferumfang. Wir haben einen oben montierten Filamenthalter, den passenden Filamentsensor, ein Netzwerkkabel, ein wenig Test-PLA, Montageschrauben, eine Filamentzange, einen 8 GB USB-Stick. Ja, der Neptun 4 nimmt neben MicroSD-Karten jetzt auch ganz normale USB-Sticks und dazu kommen übrigens noch 8 GB interner Speicher. Dann haben wir Ersatzdüsen, die in der Länge zwischen MK4 und Vulcano liegen, also nicht super kurz, aber auch nicht super lang. Dann wären da Kunststoffspachtel, Kabelbinder, Düsenreinigungsnadel und ein wenig Kirmeswerkzeug. Das mitgelieferte USB-Kabel passt übrigens nicht. Der Neptun 4 verwendet USB-C auf der Front, mitgeliefert wurde ein Kabel mit USB-B-Anschluss. Es ist außerdem eine MicroSD-Karte samt Lesegerät dabei. Die SD-Karte kann man theoretisch vorne in den Drucker reinschieben, um G-Code zu übertragen, aber aktuell funktioniert das hier zumindest bei meinem Testgerät nicht. Da geht nur der USB-Stick. Ich denke, das wird letztendlich per Software-Update kommen, dass das dann noch funktioniert. Auch das Lesen von G-Code-Dateien über den USB-Sticks, die in Ordnern liegen, funktioniert oft nicht. Ich konnte nicht genau erkennen, ob das an der Zeichenlänge liegt, also bei den meisten Ordnern habe ich jedenfalls nichts gesehen, obwohl da G-Code-Dateien drin waren. Ich sage das hier alles nur der Vollständigkeit halber. Ich denke, diese Probleme sind leicht mit einem Update gefixt, doch ich kann ja immer nur das testen, was ich hier bekomme. Man könnte das theoretisch selbst in der Clipper-Config fixen, doch wie gesagt, das bringt hier keinem was. Ich zeige euch nur, was der Status Quo ist. Das Portal liegt einzeln im Karton. Hier in der Pro-Variante mit den Metallrollen bei dem normalen Neptun 4 ist der Druckkopf übrigens bereits montiert. Apropos, auch wenn der Druckkopf wie der vom Neptun 3 aussieht, hat sich da einiges getan. Wie an der Düse bereits zu sehen, hat er zum Beispiel eine größere Schmelzzone für höhere Flussraten. Zwei 4015er-Lüfter kümmern sich um die beidseitige direkte Bauteilkühlung und durch den kompakten Nehmer 14-Klon-Schrittmotor konnten zum Vorgänger knapp 100 Gramm Gewicht eingespart werden. Gerade bei höheren Druckgeschwindigkeiten natürlich sehr praktisch. Sowohl beim Neptun 4 Pro als auch bei der normalen Version wird ein All-Metal-Hotend mit 300 Grad Maximaltemperatur verwendet. Und als Kirsche obendrauf gibt es neben dem großen Licht am Portal oben noch eine kleine LED, die direkt aufs Bauteil scheint. Das ist sehr praktisch, da man so selbst in dunklen Räumen einen kurzen aussagekräftigen Blick auf den Druck werfen kann. Dann haben wir noch das 4,3 Zoll kapazitive Touchscreen, welches wir schon vom Vorgänger kennen und die komplett vormontierte Basis. Und bevor wir unseren Neptun 4, in diesem Fall den Neptun 4 Pro aufbauen, werfen wir noch einen Blick unter die Haube. Die Bodenbleche, Verkabelung sowie allgemeine Verarbeitung vom Drucker sind vor allem für den Preis erstaunlich gut. Hat man das Blech unten gelöst, kann man den Mainboard-Lüfter einfach abziehen. Alle anderen Kabel sind mit Heißkleber gesichert. Ist für euch vielleicht irrelevant, aber allein die Tatsache, dass der Mainboard-Lüfter-Stecker nicht festgeklebt war, hat mich persönlich ein wenig gefreut. Viele andere Hersteller achten auf solche Details nicht. Damit Clipper läuft, ist ein spezielles Mainboard mit entsprechendem Prozessor verbaut. Wohl ein günstiges MKS-Skipper mit MKS-Py. Leider hat das Mainboard kein WLAN, weswegen Clipper nur per LAN-Kabel übers Netzwerk angesteuert werden kann. Das System läuft mit Linux. Man sollte an den USB-Port, also problemlos ein USB-Hub samt WLAN-Dongle installieren können, müsste sich aber dann gegebenenfalls mit Treiberproblemen rumschlagen. Ich denke, Elego hat hier rein aus Kostengründen ein Board ohne WLAN gewählt. Natürlich wissen die auch, dass WLAN bequem und mittlerweile in smarten Geräten Standard ist. Aber hier denke ich, haben sie vielleicht sogar einen größeren Restposten einkaufen können und gesagt, hey, dann lassen wir das mit dem WLAN, können das Gerät aber weiter für 280 Euro anbieten. Und wer nur ein wenig über die Preise der Einzelteile Bescheid weiß, wird nachvollziehen können, dass diese 280 Euro Gerätepreis für die bisher gezeigte Ausstattung fast schon ein wenig absurd sind. Und zwar selbst für China-Verhältnisse. Natürlich wird es irgendwen geben, der auch das teuer findet, doch allein ein Board für Clipper mit WLAN kostet in der Regel einzeln schon über 70 Euro. Mit der Verkabelung bin ich wie gesagt zufrieden. Alles sitzt sauber an seinem Platz, Kabel sind textil ummantelt und relevante Elektronik ordentlich abgedeckt. Der Elegoo Neptune 4 ist zum Großteil vormontiert. In meiner frühen Review-Version war keine gedruckte Anleitung dabei, daher habe ich die wenigen Schritte einfach ohne Anleitung durchgeführt. Habe ich ja schließlich auch alles schon zigmal gemacht, Portal auf die Basis, dann das Ganze an eine Tischkante, damit man bequem von unten die Schrauben reindrehen kann. Alle Kabel liegen an den richtigen Stellen und sind auch passend beschriftet. Selbst der absolute Laie bekommt das alles in locker unter einer Stunde montiert. Vergesst auf keinen Fall die Exzenterstücke einzustellen, damit der Abstand zwischen den Rollen und den Aluprofilen passt. Also die Rollen durchdrehende Exzenterstücke so nah ans Aluprofil bringen, dass sie anliegen und dann nicht mehr durchdrehen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Dinger kann man nicht festziehen, ist auch egal in welche Richtung ihr dreht, ihr bestimmt dann nur die Position mit. Da ist ein Loch drin, was nicht ganz in der Mitte sitzt und je nachdem auf welcher Position das gedreht wird, ist das Loch halt näher an den Aluprofilen dran oder eben weiter weg, beziehungsweise der Abstand halt größer oder kleiner. Also ich bekomme da recht viele Mails, die sagen, hey, ich drehe das so weit ich will und es wird immer wieder lose. Ja, das muss so, weil das halt dann wieder lose wird, wenn es einmal drumherum ist. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Macht es auf jeden Fall ordentlich und gleichmäßig, denn das macht bei so einem Aufbau von einem 3D-Drucker sehr viel aus. Ihr könnt dann den Lauf durch Drehen der Kupplung unten testen oder ihr bewegt, wie hier auf den Bildern zu sehen, den Synchronisationsriemen oben. Der Neptune 4 ist wie der Vorgänger mit zwei Trapezgewindespindeln und zwei Schrittmotoren ausgestattet, damit Z eben sauber läuft. Die Metallrollen beim Pro haben übrigens keine traditionellen Exzenterstücke zum Einstellen verbaut. Bei mir hat die Position aber werkseitig perfekt gepasst. Man kann die Position theoretisch auch über diese Scheibe hier einstellen. Da braucht man aber ein spezielles Werkzeug, womit man die Scheibe über die zwei Löcher links und rechts drehen kann. Der Druckkopf wird mit insgesamt vier Schrauben befestigt. Ich habe hier einen kleinen bzw. großen Montagefehler gemacht und nur die zwei oberen Schrauben verwendet. Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. War wahrscheinlich heiß oder ich wollte hier einfach schön Content fürs Video haben. Ja, der Druckkopf, der saß zwar bombenfest und das war auch das Problem. Allerdings war der Mitnehmer für den X-Riemen unten lose. Der saß dann nur quasi in so einer Nut und hat hin und her gewackelt, hat man aber auf Anhieb gar nicht gesehen. Ja, eigentlich ein simpler Fehler. Ich habe jedoch relativ lang gebraucht, um das Problem zu lokalisieren. Zwei Stunden. Ja, die ersten Testdrucke, die haben recht deutlich gezeigt, dass mit X irgendwas nicht stimmt. Ich habe dann wirklich die komplette X-Achse zerlegt und konnte mir bei dieser Gelegenheit noch den Aufbau mit den Metallrollen und so weiter genauer anschauen und habe auch da was gelernt. Ja, immer das Positive sehen. Naja, irgendwann habe ich mir dann kräftig vor den Kopf geschlagen und einfach die zwei unteren Schrauben zum Befestigen verwendet. Und siehe da, Problem gelöst und die Drucke plötzlich auch deutlich hübscher. Soll euch im Grunde nur sagen, verwendet die Anleitung, lasst euch Zeit bei der Montage, auch wenn alles simpel scheint. So ein Gerät muss einfach vernünftig entmontiert werden und es macht auch definitiv Sinn, mal alle Schrauben nachzuziehen, weil im Werk in China funktioniert das vielleicht manchmal nicht so gut, habe ich schon das ein oder andere Mal gehabt. Beim Rest konnte man allerdings eigentlich nichts falsch machen. Der externe Lüfter wird mit drei Schrauben befestigt, der Filamentsensor mit zwei Schrauben und der Displayhalter dann wieder mit drei Schrauben. Und das war es auch schon. Der Drucker ist jetzt einsatzbereit und wir können loslegen. Der Neptune 4 wird über Einstellräder und ein Mesh gelevelt, also ganz klassisch fünf Punkte mit einem Papier abfahren und anschließend automatisch ein Mesh generieren lassen. Das macht der Neptune 4 mit insgesamt ein wenig übertriebenen 121 Punkten und einem induktiven Sensor am Druckkopf. Nachdem das Mesh erstellt wurde, wird noch der Z-Offset eingestellt, in der Regel mit einem Stück Papier. Ich empfehle wie immer einen entsprechenden Testdruck, der da deutlich präziser ist und euch gegebenenfalls viel Ärger mit nicht haftenden ersten Schichten erspart. Das erstellte Mesh sieht jedenfalls recht ordentlich aus und eigentlich sind wir nun ready to print. Bei Bedarf könnt ihr auch noch Sprühkleber verwenden. Es reicht eigentlich aus, die Druckfläche staubfrei und sauber zu halten. Mit Sprühkleber könnt ihr da aber ein wenig nachlässiger sein. Auf dem mitgelieferten USB-Stick sind einige vorgesleistete Testdateien, unter anderem auch der berühmte Elegu Buddha. Ehrlich gesagt ein ziemlich schlechter Testdruck. Was ihr hier gerade seht, ist der Buddha mit losem Druckkopf. Ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass der Testdruck nichts taugt. Ein Benchy ist da deutlich aussagekräftiger. So sieht ein Benchy mit losem Druckkopf aus und hier sieht man ganz genau, dass X irgendein Problem hat bzw. hatte. Und so sieht es aus, wenn alles vernünftig montiert war. Ich habe hier mit BambuLab Basic PLA in blau 0,2 mm Schichthöhe und dem Standardprofil gedruckt. Die Druckzeit für dieses Benchy mit dem Neptune 4 Pro beträgt 29 Minuten. Es ist natürlich nicht perfekt, aber für 29 Minuten ziemlich beeindruckend für einen 280 bzw. 320 Euro teuren 3D-Drucker out of the box. Ohne Kalibrierung oder sonstige Bemühungen. Der normale Neptune 4, also nicht der Pro, druckt wie eingangs schon gesagt im Grunde mit identischer Qualität und Schnelligkeit. Man kann auch exakt die gleichen G-Code Dateien verwenden, also da braucht ihr keinen Unterschied machen. Auch wenn man irgendwo Profile oder so bekommt, ist egal ob Pro oder nicht Pro, die Technik ist im Grunde genau dieselbe. Dieser Container von ClockSpring wurde mit Rainbow PLA und ebenfalls 0,2 mm Schichthöhe mit dem normalen Neptune 4 gedruckt. Ein sehr schönes Ergebnis, was auch in der Präzision keine Defizite hat. Alle Gewinde bzw. Mechaniken am Modell funktionieren tadellos, was für die Ansteuerung auch mit den Gummirollen spricht. Ist wie ihr seht wieder so ein Print and Place Modell. Man kann was aufmachen, man kann Gewinde raus und rein drehen, man kann hin und her schieben und so weiter. Da müssen die Präzisionen halt passen, damit das alles funktioniert und nichts klemmt. Und genau das ist hier gegeben. Auf dem 4 Pro habe ich dann ein sehr detailliertes Modell, ebenfalls aber nur mit 0,2 mm Schichthöhe gedruckt. Und das Modell wurde außerdem auf 70% runterskaliert. Das brauchte insgesamt 3 Stunden und 31 Minuten für den Druck, damit ihr da mal einen Referenzwert habt. Der Prusa MK3S Plus würde im 0,2 mm Speedprofil für dasselbe Modell 7 Stunden und 39 Minuten brauchen. Also knapp das Doppelte. Die Performance vom Neptune 4, ich wiederhole 280 Euro, kann sich also definitiv sehen lassen. Einer der größten Missverständnisse im 3D-Druck ist die Geschwindigkeit. Alle werben mit der Maximalgeschwindigkeit, doch auch beim Neptune 4 sind die beworbenen 500 mm pro Sekunde vollkommen irrelevant. Selbst wenn sie in der Praxis irgendwie irgendwann erreicht werden können. Ein Formel 1 Auto fährt theoretisch weit über 300 kmh. Auf Rennstrecken wie Monte Carlo werden 300 kmh zum Beispiel nicht einmal erreicht. Auf der Strecke werden maximal so knapp 290 kmh gefahren und das auch nur für wenige Sekunden. Ich glaube sieben Sekunden oder so sind es. Der Rest liegt deutlich darunter. Ein Benchy ist quasi Monte Carlo. Ein kleiner Rundkurs mit vielen Kurven und Steigungen. Überhänger dann für Steigungen müsst ihr euch so ein bisschen übersetzen. Ja, Höchstgeschwindigkeit ist beim Benchy im Grunde egal, Beschleunigung und Fahrwerk deutlich wichtiger. Also mit Fahrwerk meine ich dann den Aufbau. Ich hoffe ihr versteht da die Metapher. Ja und selbst wenn man eine Rennstrecke mit langen Graden baut, werden im Zweifelsfall dennoch keine Höchstgeschwindigkeiten erreicht, weil eben die Power fehlt. Man bräuchte eher sowas wie eine Nesca Strecke ohne enge Kurven. Also quasi einfach nur ein Oval bzw. noch besser so ein bisschen rund oder so dreieckig, dass die Kurven halt möglichst weit sind, nicht spitz sind. Denn vor Kurven wird halt abgebremst und nach Kurven auch erstmal wieder beschleunigt. Die 3000 mm pro Quadratsekunde Beschleunigung vom Neptune 4 sind zwar deutlich schneller als die typischen 500 mm pro Quadratsekunde von einem, sagen wir, Ender 3, aber auch deutlich langsamer als die typischen 20.000 mm pro Quadratsekunde von einem Core XY Drucker, der dann Clipper verwendet. Deswegen sieht die Druckgeschwindigkeit auch rein optisch beim Neptune 4 nicht so krass aus wie bei einem Creality K1. Der hat halt die 20.000 und der Neptune eben nur 3000, der kommt halt nicht so gut aus dem Quark. Ja ein weiterer Faktor ist der Flow, also wie viel Filament überhaupt in einer gewissen Zeit geschmolzen werden kann. Eine Adaption auf das Formel 1 Thema spare ich mir mal, könnt ihr mal reinschreiben. Ich habe ja jetzt schon Fahrwerk und so weiter genannt. Schreibt ihr mal rein, was der Flow bei einem Formel 1 Wagen ist, dann habt ihr unten in den Kommentaren auch was zu tun. Während knapp unter 20 mm pro Sekunde beim Neptune 4 noch alles in Ordnung ist, gibt es über 20 mm pro Sekunde bereits Probleme. Ich habe hier übrigens keine Einstellung geändert, sondern lediglich die Rennstrecke. Ihr solltet an diesem Punkt wissen, warum. Ich habe da noch hinterher mal über Clipper einfach mal 1000 mm pro Sekunde Geschwindigkeit eingestellt. Hat keinen Unterschied gebracht, weil halt auch Maximalwerte in Clipper hinterlegt sind. Das sind beim Neptune 4 500 mm pro Sekunde Geschwindigkeit und eben 3000 Beschleunigung bzw. 5000 Beschleunigung bei Bewegung, wenn nicht gedruckt wird. Kann man alles in der Konfiguration nachlesen, wenn man da interessiert ist. Kann man übrigens auch ändern, wenn man interessiert ist. Muss man halt nur gucken, dass man nicht von der Strecke fliegt. Ja okay, ich glaube ich muss langsam aufhören mit diesen Vergleichen. Unterm Strich ist der Neptune 4 jedenfalls für einen Bettschubser vergleichsweise schnell. Auch wenn die beworbenen 500 mm pro Sekunde im Grunde nie erreicht werden. Die Rundenzeiten passen allerdings schon. Ihr habt die Banschies mit 18 Minuten bzw. 29 Minuten Druckzeit gesehen. Die Ergebnisse kommen aber nicht nur durch gute Technik zustande, sondern auch ein paar Softwaretricks. Als Einsteiger braucht man sich mit Clipper beim Neptune 4 eigentlich nicht beschäftigen. Es läuft einfach im Hintergrund und auf dem Touchscreen sieht man dasselbe wie beim Neptune 3 Pro mit Malen-Firmware. Alles recht intuitiv und man findet sich schnell zurecht. Auch während des Drucks kann man alle Einstellungen ganz bequem auf dem abnehmbaren Touchscreen ändern. Also das Gute ist man muss sich nicht über den Drucker beugen, sondern steht wie mit einem Smartphone einfach vor dem Drucker. Ändert Flow, ändert die Lüfterdrehzahl und so weiter. Das geht wirklich sehr bequem und habe ich schon beim Vorgänger gelobt. Ihr müsst jedenfalls weder wissen was Clipper ist, noch nur in irgendeiner Weise in Berührung damit kommen. Steckt man allerdings ein Netzwerkkabel in den Neptune 4 und im Idealfall das andere Ende in euren heimischen Router, kann man im Menüpunkt About die IP-Adresse vom Neptune 4 aufrufen. Und wenn man diese in ein Browserfenster eingibt, landet man auf Fluid, einer Clipper-Weboberfläche. Und hier kann man dann quasi alles machen, was Clipper so hergibt. Man kann die Konfiguration einsehen oder auch ändern, eine angeschlossene Webcam verwalten oder sich das errechnete Mesh vom Autoleveling anschauen. Auch Dateien auf den 8 GB großen Speicher hochladen oder sich eine Historie von den gedruckten Dateien anschauen, ist problemlos möglich und vor allem sehr praktisch. Das geht übrigens in jedem Browser, auch auf dem Smartphone oder Tablet. Elegoo gestaltet in der Regel alles Open Source. Wer mag, kann über die eingeblendeten Standard-Login-Daten auch direkt auf den MKS-Py zugreifen, also der sogenannte Root-Zugriff. Die gezeigten Drucke sehen übrigens hauptsächlich so gut aus, weil Input-Shaper vorkonfiguriert ist. Elegoo hat also universelle Werte hinterlegt, so ähnlich wie das Prusa in der Alpha-Firmware vom MK4 gemacht hat, die normalerweise auch gut funktionieren sollten. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie der Drucker steht. Wenn er jetzt super wackelig steht, würden andere Werte vielleicht besser funktionieren. Aber wenn er standardmäßig auf dem festen Tisch irgendwo steht, dann sollten diese Werte eigentlich passen. Man kann die Resonanzen bei Bedarf aber auch genau in seinem eigenen Szenario selber messen. Dazu müsste man einfach nur einen Beschleunigungssensor über USB anschließen. In einem anderen Video habe ich mal gezeigt, wie ich so ein Ding selbst gebaut habe. Nichts muss, alles kann. Das ist hier wohl mit Clipper und dem Elegoo Neptune 4 das Motto. Ein Anfänger kann wie mit dem Neptune 3 Pro ganz klassisch starten und sich dann bei Bedarf hinterher mit Clipper weiter reinfuchsen. Das halte ich persönlich für ein sehr schönes Konzept und spart auch irgendwo Geld. Der Neptune 4 kann dank All Metal Hotend im Grunde alle Materialien bis 300 Grad drucken. Ohne Gehäuse sind PTG und TPU da zum Beispiel Klassiker. Der Filamentwechsel selbst funktioniert bei Bedarf ohne die Bedienung am Touchscreen. Bei passender Temperatur einfach den Eitlerhebel oben am Druckkopf drücken und das Material nach kurzem Eindrücken herausziehen. Zum Laden einfach das Filament langsam bei gezogenem Hebel durchdrücken, bis dann die passende Farbe zu sehen ist und dann ist man eigentlich schon good to go. Bei PTG und TPU muss man allerdings ein wenig mit der Kühlung aufpassen. Den externen Lüfter würde ich zum Beispiel über den physischen Schalter einfach ausschalten. Man kann den Lüfter zwar auch über das Touchscreen prozentual einstellen bzw. in drei vorgegebenen Stufen, reguliert dabei aber auch gleichzeitig den Bauteilkühler direkt am Druckkopf. Da muss man also ein wenig aufpassen, dass man dann nicht plötzlich komplett ohne Kühlung dasteht. Mit der stärkeren Kühlung erhöht sich logischerweise auch die Lautstärke. Der externe Lüfter macht ordentlich Krach, doch hört am besten mal selbst. Beim PTG-Druck hatte ich die Kühlung schrittweise runtergestellt und fand 40% mit ausgeschaltetem externen Lüfter für das verwendete PTG von Extruder am besten. Der Druck ließ sich zwar problemlos lösen, die Funktion war allerdings nicht gegeben. Schuld war nicht der Drucker, sondern eine Einstellung beim Slicen. Und zwar Linienbreite der ersten Schicht. Die ist für bessere Haftung hier standardmäßig ein wenig hochgesetzt. Die Klammer war also in der ersten Schicht zusammengeschmolzen, da die Toleranz recht klein war und die Linienbreiten hier halt nicht gepasst haben. Und deswegen beim Ausführen ist es dann nicht auseinandergegangen, sondern hat blockiert und ist deswegen gebrochen. Ich habe das Ganze dann einfach mit 100% Linienbreite wiederholt und nun funktionierte alles wunderbar. Wir haben hier zwar etwas zu viel Stringing, ich vermute, das liegt hier aber eher an Feuchtigkeit im Filament. Die Rolle müsste auf jeden Fall mal wieder getrocknet werden. Bei PLA hatte ich hingegen null Probleme mit Stringing. Ich weiß, PTG ist da auch ein bisschen anfälliger, aber das ist hier schon recht stark. Aber man muss immer gucken, wo es herkommt. Bevor man da großartig was mit Retract-Werten und so weiter verändert, sollte man erstmal das Filament trocknen und gucken, ob es besser wird. Beziehungsweise entsprechende Tests durchführen und recht simpel anfangen und dann vielleicht irgendwann auf Problemsuche gehen. Aber hier mit dem anderen Filament hat man halt gesehen, dass der Extruder bzw. die Retracts gut arbeiten. Daran lag es also nicht. Als letztes habe ich dann noch TPU getestet bzw. einen kleinen Druck damit gemacht. Bei der Gelegenheit wurde der Filamentsensor übrigens ein paar Mal getriggert. Und auch der funktioniert tadellos. Um das zu testen, packe ich einfach immer ein Stück Filament oben mit rein und ziehe den während des Drucks ab und zu einfach mal raus und gucke, ob der triggert, ob der stoppt, ob der dann wieder vernünftig weitermacht. Das habe ich jetzt in diesem Fall mal Off-Camera gemacht. Ich kann euch aber sagen, funktioniert im Grunde genauso gut wie beim Neptune 3 Pro. TPU selbst macht bei diesem simplen Druck jetzt hier keine Probleme. Ich habe hier nur so eine Kaffeepad-Dose noch dringend gebraucht. Eigentlich sollte der Druck gar nicht mit ins Video. Ich brauche das aber persönlich und habe dann einfach ganz, ganz schnell mit 0,3 mm alles in Geschwindigkeit hochgesetzt und habe mir dann hier eben diese Dose super schnell rausgedruckt. Für mehr Testdrucker könnt ihr euch auf jeden Fall auch gerne das ausführliche Neptune 3 Pro Video anschauen. Denn alles was der Neptune 3 Pro kann, kann der Neptune 4 bzw. 4 Pro nämlich auch. Man kann mit so einem Neptune 4 natürlich auch langsam drucken bzw. eigentlich die Profile auch vom Neptune 3 Pro verwenden. Da muss man nur die Start- und Entry-Codes ein bisschen anpassen, also die, die Elego da haben möchte und dann funktionieren diese Profile wunderbar. Denn der Druckkopf ist bis auf das etwas geänderte Hotend nahezu identisch. Als Software wird übrigens wieder der Elegoo Slicer verwendet. Der funktioniert zwar prinzipiell, sagen wir, ganz gut, basiert aber auf einer alten Cura 4.8 Version. Das ist immer blöd, so neue Hardware mit alter Software zu testen. Cura 4.8 ist wirklich sehr alt. Also so Sachen wie Tree Supports und so weiter, die sind halt mit der Zeit besser geworden. Auch Druckreihen folgen. Das macht schon Sinn, dass wir jetzt deutlich weiter in der Software sind. Warum also nicht nutzen? Wie schon beim Neptune 3 Pro habe ich alles für das aktuelle Cura 5.3.1 konfiguriert. Und bei Bedarf könnt ihr meine Profile bzw. eine Anleitung, wie man das so in Cura 5.3.1 macht, einfach downloaden. Den Link dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Elegoo setzt sich mit dem Neptune 4 und 4 Pro noch weiter von der Konkurrenz ab. Ich habe hier ein komplett abgedrehtes Anycubic Cobra 2 Video und bin ein wenig ratlos, was ich damit machen soll. Der Aufbau ist zwar ähnlich, aber ohne Clipper samt Input Shaper und der passenden Kühlung performt der Cobra 2 einfach deutlich schlechter wie der Neptune 4. Und das zum selben Preis. Kleiner Spoiler, das Video zum Cobra 2 wird daher wahrscheinlich nicht kommen bzw. das Gerät ist mit diesen drei Sätzen abgehandelt. Der Elegoo Neptune 4 ist meiner Meinung nach aktuell das Beste, was man für 280 Euro bekommen kann. Weil Clipper nur im Hintergrund läuft und der Touchscreen sich wie bei einem traditionellen Malen 3D Drucker verhält, eignet sich das Ganze perfekt für Einsteiger. Und nach ein wenig Eingewöhnung hat man sich das Sonic Pad für 160 Euro quasi gespart. Inklusive kompletter Konfiguration, man muss nichts mehr machen, sondern kann auf Wunsch vielleicht noch optimieren. Es ist eben alles im Drucker integriert. Über ein paar kleinere Defizite in der Software bzw. auch der angesprochenen Heizbett-Problematik kann ich aufgrund des Preises und der Schwere dieser Features leicht hinwegsehen. Ich habe die Probleme natürlich angesprochen, damit ihr das auch für euch selbst bewerten könnt. Wenn ihr sagt, hey, ich habe mir den Neptune 4 angeschaut und genau dieses Heizbett-Feature, das wollte ich haben, deswegen fand ich den Drucker interessant, dann könnte das natürlich ein Grund für euch sein, das Ding nicht zu kaufen. Jeder hat natürlich individuelle Bedürfnisse und deswegen versuche ich diese Videos so ausführlich wie möglich zu machen, sodass ihr letztendlich entscheiden könnt. Das hier am Schluss ist eigentlich nur eine persönliche Einordnung und kann für euch mehr oder weniger relevant sein. Links zu den heute gezeigten Druckern, Filamenten, Zubehör und so weiter, aktuellen Angeboten, die findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Kauft ihr etwas über diese Links, unterstützt ihr ohne Mehrkosten meinen Kanal und macht solche Videos hier weiterhin möglich. Wäre super, wenn ihr daran denkt. Ich weiß das selber, man vergisst das dann vielleicht, aber vielleicht macht ihr euch da einfach einen Bookmark und dann müsst ihr nicht selbst dran denken, sondern klickt einfach drauf und habt den Support dann gleich mit drin. Vielen, vielen Dank dafür. Bei Fragen stehe ich euch wie immer unten in den Kommentaren zur Verfügung und wenn ihr mit Gleichgesinnten diskutieren wollt, könnt ihr auch gerne unserem Discord-Server joinen. Das ist kostenlos und da sind hunderte von Leuten drauf, die eben dasselbe Hobby haben. So, ich habe mir heute eigentlich ein Limit von so 25 Minuten gesetzt. Ich habe so ganz leise im Gefühl, dass wir leicht drüber sind. Egal, jetzt bin ich aber erstmal wieder draußen. Sage bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute. Bis denn. Peace. Bis zum nächsten Mal.